Na klar, was denn sonst? Hades scheint mit dem Treffen zu beginnen. Roger Prophet. Hau rein Alpha. Es darf auf keinen Fall schief gehen. Verstanden. Knall die zwei oben an der Treppe ab. Abschuss bestätigt. Die Tür muss frei sein, damit Alpha rein kann. Lös einen Fahrzeugalarm aus. Ja, Fahrzeugalarm. Seht ihr mal nach. Die KVA geht hin. Mit der Wasp die drei auf dem Weg zum Wagen ausschalten. Hier ist Teams. Tu es, Mitchell. Gesichert. Alpha rückt zum Angriffspunkt. Mitchell, Sicht auf das Treffen richten. Hades anvisieren. Alle Teams, bereit machen für Angriff. Auf mein Zeichen warten. Ich hab sie immer in meiner Meer. Sie schützt uns. Kontaktieren Sie ihn für eine weitere Zahlung. Ich gebe Ihnen zwei Tage. Das reicht. Wasp schießen. Schießen. Sie werden alles daran sehen. Hades getroffen. Alpha, Abschuss bestätigen. Scanner Retina. Negativ. Das ist nicht Hades. Nicht Hades. Scheiße, eine Bombe. Raus hier. Raus hier. Alpha, Bericht. Das Nubel hat eine Bombe getragen. Haben einen verloren. Wiederhole. Einen verloren. Ich hab die Frequenz des Zünders. Verfolge sie zur Quelle zurück. Achtung. KVA greift an. Wir brauchen Feuerschutz. An alle Stationen. KVA im Anmarsch. Wir brauchen Feuerschutz. Na los, Mitchell. Ich suche noch die Quelle. Wir können hier nicht bleiben, ihn oder? Der echte Hades ist nicht weit, Gideon. Wir müssen ihn kriegen. Ach, Scheiße. Was ist da los? Alpha, kommen. Alle Teams, verfolgt Hades. Verfolgt Hades. Habe Sichtkontakt verloren. Gideon, Gideon, wenn du mich hörst. Volk Hades. Scheiße. Nichts wie weg hier. Mitchell, die Treffer runter und hinten raus. Wir müssen Hades abfangen. Bravo. Die KVA hat die Position eingekreift. Na, verfugte Scheiße. Überall bleibt man ein. Mal nötig! Verfallt. Hier lang! Kommt! Wir nehmen den Weg und die Gassen! Zivilisten in Gefahr. Zivilisten in Gefahr. Zivilisten in Gefahr. Zivilisten in Gefahr. Zivilisten. Zivilisten in Gefahr. Zivilisten in Gefahr. Zivilisten in Gefahr. Zivilisten. Zivilisten in Gefahr. Zivilisten in Gefahr. Ich gebe Deckung. Oh, ist klar, ey. Runter! Weg von den Fenstern! Bleibt alle! Weg von den Fenstern! Scheiße, ist das hier offen. Willst du erst laufen oder erst schießen? Setz den Scharfschützen unter Beschuss! Oh, das geht hier auf, ey. Kleine Mist-Dinger. Runter, erledigt! Weiter zum Scharfschützen! Oh, das war knapp, Alter. Boah, Alter. Das war heftig. Was ist das für ne Snapper, Alter? Oh, nein! Ne Kängel. Halt zwar den Bastard ein, Alter. Hab ihn! Bravo! Hardes Konvoi ist vier Minuten vom Ziel entfernt. Verstanden! Bravo unterwegs zum Ziel! Los geht's! Hilf mir mal, Mitchell! Na, wo bist du denn, Alter? Bravo! Hardes Konvoi ist zwei Minuten entfernt! Verstanden! Schneide ihm den Weg ab! Da! Wir locken Ihnen einen Hinterhalt! Bravo! Hardes kommt! Verstanden! Mitchell, die Ladung gelten! In Deckung! Warte auf mein Zeichen! Ah, dafür sind die Missionen schön lang und schön exklusiv hier. Jetzt! Oh nein, mein reich! Garst du nicht aufgehen! Wir müssen Hardes erwischen! Au, schön! Wir müssen Hardes erwischen! Oh, schön... was Die Knarre hat was. Achtung, mehr KV auf dem Weg. Schnell Mitchell, ich gebe Deckung. Mitchell, pass auf. Jetzt los, ja. Ja, das ist auch geil. Das war's. Danke dafür. Okay, holen wir dich raus hier. Oh, ja, das ist auch geil, ne? Gerade bestätigt. Hades wurde getötet. Wiederhole. Hades wurde getötet. Ja, nicht ganz. Gute Nacht. Hammer Mission, aber der Anfang war scheiße, ey. Ja. Aber sonst war halt cool. Geile Mission. Gut, dann machen wir noch schnell die Verbesserung hier. Zwei Punkte zur Verfügung. Machen wir mal sprinten. Oh, ach nee, geht ja nicht. Dann nehmen wir das hier noch. Jo. Würde ich sagen, sind wir uns bei der nächsten Mission. Wünsche euch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Roterein, bis dann. Tschüss. Mit Doesnatr. Ja. Und bis dann.